Die ersten Single-Rows, die wir jetzt zeigen, sind von... Komm hier, eine Grüße nach Österreich, im Speziellen von der Firma Pyrotrade. Auf den Positionen 34 bis 36. Neue Single-Rows, wir starten mit des Robe Mine Silver Swimming Stars auf der Position 34. Ja, da muss man jetzt aber schon dazu sagen, da waren jetzt die Position 35 auch gleich noch mit dabei. Ne, das war die Position 36, die gleich mitgekommen ist. Ja, also die Silbernen waren die Silbernen und die Brokatrot waren die Brokatrot. War wahnsinnig genial, muss man also gleich einen Poppelpack kaufen. Dann haben wir noch die Position 35, offen. Stroke Mine Red Swimming Stars. Ja. Ah, Filet. Ja, Filet. Ja, Filet. Ja, Filet. So, jetzt mach's das.